So, play like a legend. Ah, let's play like a legend. Welcome to the leaderboard. Ach, give up trotz. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Holstun TV, sagt euch der Opa Mario der alte Sack. To our PGA Tour coverage here on 2K Sports. We're picking up action on the 15th hole. Let's charge to the finish line. Welcome back. Wir haben hier einfach ein Update gemacht. Steam hat ein Update gemacht. Und deswegen hat er einfach alles unterbrochen. Jetzt kann ich den hier mal wieder rein finden. So, muss ich jetzt... Ja, siehste. Ah. Ja, was denn jetzt? Was hast du jetzt für ein Update gemacht? Hier für den Scheiß. Warum kann ich ihm keine Linie machen? Was soll das sein? Ja, ich habe keine... Wo ist meine Linie? Hey, ich würde die nicht einfach so verschenken. Verdammt nochmal. Ah. Hauptsache Update, weil es einfach so... Haben sie einfach angehalten. Das war noch nicht von alleine runtergeladen. Aber das Spiel angehalten. Was mache ich jetzt? Mach ich jetzt einfach so ein Update... Äh, ein Update mache ich hier. Ich weiß gar nicht was. Ja. Schön. Jetzt bist du da. Wo warst du eben noch? Blöde Linie, ey. Wieder ein Birdie, äh... Birdie... Nee. Doch, ein Birdie verschenkt, ja. Ach so ein Steam, ey. Fünf-Gierweit-Update. So. Fünfzigrückenwind. Fünfzigrückenwind. Fly-Simulator muss ich auch updaten. Mach ich gleich. Fünfzigrücken. So. Fünfzigrückenwind. Fünfzigrücken. Fünfzigrückenwind. Fünfzigrückenwind. Die hätten ja gepasst noch, den würde ich einfach so weggegeben, das ist doch mal gut jetzt, ey. Den Würdi hätten wir gut gebrauchen können noch. Den vom vorigen noch meine ich natürlich, ne. Den war auch. Wie sieht die Tabelle aus, den Hittmar, der 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 Hittmar. Natürlich vorausgesetzt, dass man getroffen hätten, aber... Ja, sie wären schon da, wo die Hittmar. Das ist sehr interessant. Here we are, at the 17th tee. The final challenging part 3 on this golf course. Good news is, though, is the green funnels in from both the right and left. The most shots can end up right in the center of this green. Boah, ich hab doch so weit drüber gelegt. Das kapiere ich nicht. Ich hab doch gesehen, wo ich den hingelegt habe. Oh, ich hab doch gesehen, wo ich den hingelegt habe. 15 ist doch nicht so weit, oder? Oder doch? Oh. Oh, that's great, I just missed the hole. What are we looking at for this part, Henry? Let's have another one down hell. Ach. Ja, die Linie hab ich einfach nicht gekriegt. Könnte ich ihn drückt lassen, wie ich wollte. Oh, danke. Danke. Gerettet. Kein Riggi. Ja, wie ist es? Justin. Das ist ein guter Moment. Vielen Dank. Vielen Dank. Turn Clyde Well played That's been an impressive display today This for a 66 No No Yo Ah Sure That was I'm on behalf You have John John Rambo is not a happy man As you said He hates to lose This one is going to hurt But for this player wow What a win What a takedown And is there anything they can't do Well another great day of action I'm here at 2k sports On behalf of rich beam The entire hardworking folks and team here I'm Luke Olvi We look forward to you company next time What's going on for Bälle Ungewöhnlich Ausrüsten So Here Ah See you see Good Then Jetzt mit Mit Tiger weiter aber nicht jetzt Ich mach erstmal break Ich bedanke mich fürs Zusehen für eure Geduld Tschüss ihr Lieben Bis zur nächsten Runde dann mit Tiger Ja Bleibt schön gesund Und 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 Jetzt mit